Herzlich Willkommen zu unserem Schneiderpuppentest, eurem Ratgeber für Schneiderpuppen. Viele von euch werden vielleicht schon einmal davon geträumt haben, sich die eigene Kleidung selber zu entwerfen. So können die eigenen Kleidungsstücke ganz nach den persönlichen Vorstellungen angepasst werden und dürfen einfach einmal verrückt sein. Auch könnt ihr ganz einfach mit verschiedenen Stoffen, unterschiedlichen Schnitten und diversen Accessoires experimentieren. Die Kreativen unter euch werden wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass es kompliziert ist, die eigene Kleidung selbst zu entwerfen, ohne dass ihr eine Schneiderpuppe habt. Denn die Schneiderpuppe bietet euch eine vorgefertigte Körperform, an der ihr dann perfekt eure neue Kleidung anpassen könnt. Die von uns getesteten und für gut befundenen Schneiderpuppen findet ihr hier aufgelistet. Die Schneiderpuppen im Test mit verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Viel Spaß beim Stöbern wünscht euch euer Produktefinder.com